erste runde erste match, erste runde und ich hab leider auch nur 60 fps immer noch 60 fps? ist leider schlecht ok, es macht keinen unterschied field of view passed, head bobbing passed fullscreen rein, zur Sicherheit, save äh, wie können die mich nicht sehen? wie zum fick können die mich nicht sehen? oh mein gott, da sind zwei spieler vor mir ja ok hallo bin auch da es waren doch drei ja, ist ja schon mal ok wie es anfängt ich will eigentlich da lieber was haben ooooh, eine glock und ne rüstung warum kann ich nicht krabbeln? wegen dem baum oder was? ne morseln was denn? er hat er hat ein wechselmagazin dabei scheiße hm busch, ach stimmt da war es mit busch ne? ach im busch hinlegen ist ach im busch hinlegen geht nicht mehr? yah der oh ho 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 ho, das ist ja gut ja hallo Mr Kemper Ja hallo Mr Kemper Da hinten Slash muss ich mal rein. Da waren die dran, ne? Was ist denn das für mich? Geil. Geld ist Geld. Also das ist ja immer mal auch krass, ne? Vor allem, ihr müsst euch ja mal überlegen, die sind ja von da hinten gekommen, ne? Die haben eigentlich keinen Spieler hinter sich gehabt. Und die haben mich halt echt legit nicht gesehen. Zu dritt. Die sind ja an mir vorbei. Das Spiel ist leiser geworden. Ich komme mir irgendwie so leise vor. Anderes Headset. Ich bin das wer ist das M32? M32 habe ich ja auch nie gespielt. Treff. Okay, kann ich mal. Warte mal. Warte bitte auf mich. Lampe habe ich keine, ne? Hat keiner eine Taschenlampe dabei. Aber Taschenlampe wäre jetzt richtig gut. So. Ist es für euch gerade auch lauter geworden, Chat? Und wie? Das ist es für euch gerade. Und wie ist es für euch gerade? Und wie ist es? über mir ist noch ein spiel ich glaube er hat gerade die tasche gemacht die hier ist ok ich würde jetzt mal behaupten die haben nicht gehört scheiße der kassiert die tür zu ist will keiner sehen warum geht das nicht warte mal was moment hallo hallo Das war's. Okay, sehr gut. Wenn mal ein Spieler kommen sollte. Oh, hallo, das ist gut. PSGS. Das kann doch gar nichts, oder? Das ist okay, so. Das kann ich noch usen. Full. Ich bin mit der Performance, also mit den FPS bin ich nicht happy. Ich weiß nicht warum. Es läuft nicht flüssig. Und ich hab auch nicht viel FPS. FPS geht. 90 bis 100. Das ist auf Showline relativ normal. So 90 bis 110. Aber flüssig ist es nicht. Schade leider. Vielleicht muss man auch wieder mit den Einstellungen tricksen. Fahrrad leise. Ich muss tunnel, oder? Tunnel oder Rock? Wir gehen einfach. Wäre ein guter Raid. Geh mal die SKS. Oh ja, Büsche. Oh lol, Büsche sind ja gemein. Ja, ist richtig, ne? Wenn du dich mal tatsächlich in den Busch verstecken würdest. Also so hier im Real Life. Dann kommst du auch nicht auf die Idee, dass du dich da, wo du sitzt, einfach hinschmeißt. So. Joik. Voll im Busch. Hm. Schön auf die Klamotten. Hm. Sag jetzt nicht, dass bei dem Raid sowas passiert. Also ich glaube, ich kriege jetzt gerade in meinem ersten Raid alles. Ich kriege alles. Kriege ich. Ja. Alles zum Mitnehmen. Hier so. Läuft nicht flüssig. Rein in den Einkaufswagen. Schlechte Verbindung zum Server. Bin ich jetzt eigentlich weg? Ein Bild. Oh. El Gato. Schätzelein. Was ist da los? Echt? Erste Raid ist alles am Start, Leute. Ich sag's euch. Dankeschön, Jet. Ah ja, der blockt nicht. Das Visier ist gut. Das Visier ist gut, Leute. Das Visier gefällt mir. Ach, geleck mich doch am Arsch. Ich hab sogar extra geguckt, ne? Welche selber ich vorher auswähle. Und einstellen. Absolutely. Und dann geht's. 열com. Sonnenabend war zu gut ich komme noch nicht raus ich habe jetzt aber wirklich bald ein Problem Hallo Dankeschön für die Bits das war cool na zum glück liege ich ok beim nächsten mal komme raus das müsste doch auch angezeigt werden das ist doch dann dieses komische Diagrammdingens da so darf ich jetzt raus ich verdurschte gleich das ist doch das ist doch Spannende Musik scab down going to pick up the staff cover me hey, da war vorher was anderes EP located hm, bitte warten ja bitte warten fällt schwer ja 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 hmm hmm Oh. ja da kann ich viel versuchen ich habe schon überlegt ob ich gerade mein spiel schließen soll noch mal ganz schnell rein connecten aber wenn ich jetzt das reconnecten schaffe habe ich eine chance extraction in 999999999 so komm du schaffst es schaffst es baby schaffst es baby ich glaube ich kann geben ach du penis ein und Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt bin ich tot Killed in Action Spiel hat mich geholt Oh das ist ja interessant Das ist ja interessant nach so ner Runde 5000 Erfahrungen, wo ich gestorben bin Cool Will come to update Das ist ja interessant nach so ner Runde